Hey Leute, ja ich muss euch was sagen, also ich bin hetero, ja ich kann auch nichts dafür, also das ist mir letzte Woche erst wieder bewusst geworden, weil ich denke die ganze Zeit nur an Fußball, 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 Fußball und andere sind Bälle um mich herum und ich denke mir, da stimmt was nicht. Ich kann ja nur hetero sein, schlimm ist das, in meinem Alter, also ich habe letztens die Kassiererin gesehen und die Kassiererin sagte dann zu mir, drei Woche dreißig und dann lächelte sie mich an und dann habe ich einfach zurück gelächelt. Das heißt ja was, nur Backe ey, wenn ich das meinen Freundinnen sage. Ja. 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 Ja.